Was ist eigentlich eine Schablone? Das ist eine Schablone. Eine Schablone ist natürlich keine Schablone zum Ausmalen. Für uns ist die Schablone dafür da, um den Nagel zu verlängern mit Gel oder Acryl. Das Ganze besteht aus beschichtetem Papier. Eine Seite ist die Klebeseite, die andere Seite, auf der wird das Gel aufgetragen. Das Ganze gibt es in verschiedenen Farben und Formen und meist auf einer 500er Rolle. Mit welcher Form ihr am besten zurechtkommt, müsst ihr euch selber heraussuchen. Ich habe die breitere Variante gewählt, da man die am besten zusammenkleben kann. Im Gegensatz zu Tipps müssen wir mit dieser Technik nicht nochmal auf dem Nagel herumfallen. Daher ist das auch die schonendste Technik, um den Nagel zu verlängern. Ihr solltet beim Kauf auch darauf achten, dass ihr nicht gerade das Günstigste kauft. Denn umso günstiger, umso schlechter kleben die Dinger und ihr klebt das quasi an den Fingern der Kunden und unter den Nagel. Daher lieber ein bisschen mehr ausgeben, damit die Dinger auch wirklich halten und nicht abgehen in der Lampe. Die Teile kann man nur einmal benutzen. Es gibt aber auch welche, die könnt ihr öfter benutzen. Da ist dann ein kleines Metallgestell eingearbeitet, was ihr dann auf den Finger schiebt. Bin ich aber nicht so der Fan von, weil die kann man natürlich auch schlecht an jeden Naturnagel anpassen, da jeder Naturnagel natürlich anders ist. Aber was schmiert ihr jetzt auf diese Schablone drauf? Meist ist es Aufbaugel. Es gibt aber auch Spezialgel extra für Schablonenverlängerung. An eurer Stelle, wenn ihr das das erste Mal ausprobiert, würde ich euch ein ganz normales Aufbaugel empfehlen, um erstmal zu testen, ob das überhaupt die richtige Technik für euch ist und ob ihr damit klarkommt. Das war das heutige What the Fuck Video. Ich hoffe, es war ein wenig informativ für euch und hat euch vielleicht auch weitergeholfen. Wenn ja, dann gerne sharen, teilen, liken, einen Daumen nach oben, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und natürlich könnt ihr auch mal auf Instagram und Facebook seit neuestem auch Twitter vorbeischauen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer hier oben könnt ihr es abonnieren. Hier unten geht es zu meinem letzten Video und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. Ü Н invertedль. lys